Endlich Ruhe im Kopf, stille Gedanken oder Gedankenstille herzustellen, dieser ewige Strom, dieser ewige Fluss von Denken. Als wäre das noch nicht genug, kommt von außen noch mehr Information und vieles davon ist nicht gerade oft gut gemeint. Oft sind wir dann Angriffen ausgesetzt oder Manipulation. Ich zeige dir eine einfache Technik, wie du genau dahin kommst, um Gedankenstille herzustellen, um Achtsamkeit zu praktizieren. Und zwar ohne, dass du jetzt fünf Monate lang darüber meditieren musst, sondern einfach nur jetzt, sofort. Es sind ca. 90.000 Gedanken am Tag, die uns so beschäftigen. Und die meisten sind immer wieder dieselben. Und die allermeisten sind nicht positiv, nicht produktiv, nicht optimistisch, sondern die meisten von diesen 90.000 Gedanken sind negativ, destruktiv. Wie kommt man da raus? Einfache Technik. Deine Gedanken sind dieser Wasserfall, der ewige Strom von Denken, von dieser inneren Stimme. Und jetzt stellst du dir vor, du gehst ein bisschen zurück hinter den Wasserfall und du beobachtest den Wasserfall und du siehst, wie es fließt. Du bist ausserhalb von diesem Gedankenstrom. Erst wenn du ausserhalb von diesem Gedankenstrom bist, kannst du deine eigenen Gedanken beobachten. Ja, das geht wirklich. Seine eigenen Gedanken beobachten geht, wenn du raustrittst aus dem ewigen Gedankenstrom. Das heißt, das Bild vom Wasserfall. Du gehst zurück. Der Wasserfall ist immer noch da, aber du beobachtest, was da passiert. Und die Informationen, was von außen kommen, ob sie gut gemeint oder nicht gut gemeint sind, ob sie manipulativ sind oder motivierend, das kannst du erst dann entscheiden, wenn du ausserhalb von diesem eigenen Wasserfallstrom bist. Wenn du alles beobachtest, dann wirst du merken, wow, da kommt auf einmal eine Ruhe, eine innere Kraft, eine Power. Und das Allerwichtigste, du bekommst den totalen Überblick. Du weißt, was gut für dich ist. Du weißt, was nicht gut für dich ist. Und du kannst eine klare Entscheidung treffen. Und das Allerschönste dabei, du bist automatisch in der Gegenwärtigkeit. Im Hier und Jetzt. Und genau da fließt dein volles Potenzial. Du hast den vollen Überblick und du kannst ganz klar entscheiden, was für dich richtig und eben nicht richtig ist. Ich wünsche dir viel Spaß. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Vielen Dank.